Servus und Willkommen wieder bei MaxWorks, heute aus diesem halligen Raum. Warum? Seht ihr nach dem Intro. Ihr merkt schon, das ist nicht die Werkstatt, das ist ein leerer Raum, die Akustik ist beschissen. Aber okay, wir werden damit leben. Das Ganze dreht sich darum, ich war jetzt ja auch länger nicht mehr, aber es gab jetzt länger kein Video, das letzte, das ich jetzt bekommen habe, ist aber auch schon lange abgedreht worden. Und naja, dazwischen habe ich dieses Zimmer hier bei uns in der Wohnung oder im Haus leer gemacht, weil wir brauchen dieses Zimmer jetzt für was anderes, das war vorher im Büro. Jetzt kommt was Erfreuliches, wir werden mehr und deswegen brauche ich dieses Zimmer. Und der Teppich, um den es heute geht, der liegt hier, wenn mich nicht alles täuscht, seit das Haus gebaut ist. Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach ein bisschen mit, wenn ich hier dieses Zimmerchen renoviere, umbaue, weil es gibt ein paar Sachen, was wir hier machen müssen. Wir fangen an mit dem Teppich, der muss raus. Ich weiß nicht, wie der Estrich drunter ausschaut, werden wir rausfinden. Am Ende muss ich hier noch ausgleichen. Man sieht hunderttausend Löcher in den Wänden, das muss alles gespachtelt werden. Lichtauslass für die Deckenlampe ist in der Wand. Zum Glück ist über uns genau der Dachboden, das heißt, ich kann die Kabel neu verlegen, damit es auch wirklich von der Decke kommt. Und an der einzigen Wand im ganzen Zimmer, wo es keine Steckdose gibt, ihr habt es erraten, da brauche ich eine. Und das sind alles so Themen, wo ich euch einfach mal mitnehme und einfach mal ein bisschen zeige, so vlogmäßig, was hier in der nächsten Zeit passieren wird. Anfangen werde ich jetzt mit dem wohl einfachsten, der Sockelleiste. Die muss ich zuerst weg, bevor ich den eigentlichen Teppich hier rausbauen kann. Der Vorteil ist, die sind immer nur geklebt und bei mir, ich sehe gerade, da ist immer noch Tapete dahinter. Das ist ein anderes Thema. Erstmal die hier komplett weg. Jetzt, wo der einfache Teil geschafft ist, also das war jetzt wirklich keine Arbeit, geht es darum, erstmal rauszufinden, wie ist denn der Teppich überhaupt eingebaut. Bei mir, ich kann es mir denken, weil alle Teppiche so eingebaut werden, aber für euch, ihr solltet nachschauen. So, also an einer Stelle wird man den Teppich immer leicht hochkriegen, am besten irgendwo an irgendwelchen Ecken, wenn man hochziehen. Ich sehe schon, chemisch verklebt, das heißt, hier hilft nur Gewalt. Es gibt andere Kleber, die sind wasserlöslich, das muss man einfach mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich noch, gerade wenn es neu ist oder gerade im Büro, so hat es ja gar nicht gemacht, das ist nur mit Klebeband, also mit diesem doppelseitigen gelben Klebeband verklebt, dann geht es ganz einfach. In meinem Fall, chemisch verklebt, heißt für mich, das Ganze mit Kraft und Gewalt rausreißen und hoffen, dass es sich überall löst, weil hier hat man das Problem, den Teppich nicht so leicht rausbekommen. Aber dafür gibt es Maschinen, die habe ich natürlich nicht da, deswegen hoffe ich, dass der jetzt rausgeht. Am einfachsten tut ihr euch natürlich, mit so einer harten Klinge oder noch besser, so eine richtige Hakenklinge, eine Ziehklinge einfach in Streifen schneiden. So, ich werde es wüten. Da! Regieanmerkung, alles weitere, was ich jetzt filme, einfach volle Pulle. We'll be right back. 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 We'll be right back.